Hallo und herzlich willkommen zurück zu It Takes Two. Ja, ich habe sogar keine Lust auf diese Folge gerade, aber irgendwie müssen wir durch. Achso, da können wir einfach so runterspringen, das ist ein Teppich, ne? Ich muss immer drücken, wenn es da ist. Achso. Ja, aber das hat er jetzt gespeichert, oder? Ja, machst du die weiteren auch weiter? Hallo? Ja. Du musst alle weiß Dings machen. Ja, nur das bringt nichts, wenn ich hier alleine stehe. Wo bist denn du? Hallo, man muss alle, so wie ich das verstehe, musst du doch die alle in Farbe kriegen. Ach, meinst du alle Reihen anhaben, oder wie? Ich dachte, man muss... Keine Ahnung. Ne, das macht er aber nicht bei mir. Ne, das gibt's... Keine... Obwohl, das ist aber... Warte mal! Ne, bei mir geht das zurück, weil ich hier wieder alleine bin. Das ist... Jetzt war das, glaube ich. Hä? Drei habe ich. Ich verstehe es gar nicht. Egal. Das geht bei mir nicht. Das ist doch schon durch. Tada! Okay, ich kann nichts machen, außer ein bisschen umhergucken. Wieso kannst du das so schnell machen? Ich kann nicht beschleunigen nichts. Du hast halt die Musik ausgemacht, ne? Ist halt schade. Ja gut, den Rhythmus hast du halt drin, ne? Das ist ja jetzt keine lizenzierte Musik gewesen. Oh, May, look, das Spotlight muss für dich sein. Äh, nein, danke. Komm schon, May, du in der Spotlight sein solltest du sein. Nein, Cody, ich möchte den Spotlight kontrollieren. Jetzt komm da hin! Okay, okay. Ich glaube, es ist meine Zeit, um zu schärfen. Jees! Äh, es ist wirklich schmerz in hier! Man, auch gut, wenn du mal mitkommst. Hey, hey, hey! Hey, light's on me! I've got you cover, Cody! Keep going! Was war das denn gerade? Muss gleich springen, denk dran. Can I get some light? Ja, wenn ich aber kein Licht hab, kann ich nicht. Ja, das Licht war da, wo du eigentlich hinspringen solltest. Hey! Hey! Warte mal, Klaus, warte mal, geh mal weiter. Ach so, okay. Ja, dann gehst du kaputt, wenn ich weitergehe. Machst du's hin! Los, jetzt! Jetzt! Ja, du gehst, weil du runterstürzt kaputt, nicht, weil du da... Nein, du gehst auch so kaputt, wenn du nicht... Ja, aber du bist die ganze Zeit runtergestürzt, darauf kam es ja an. Springst du jetzt? We're making progress! Ja, äh... Warte mal, was ist das da? Anscheinend nichts, wo du was... Oder kannst du da drauf zielen, irgendwie? Aber da musst du hier stehen bleiben. Nee, ich kann mich auch nicht drehen. Ich kann mich ja nicht... Geh mal zurück. Kann das sein, dass wir in die andere Richtung müssten? Da war doch auch noch ein Weg, oder? Du kannst ja nur nach da... Aber ich kann weder irgendwas drücken, gar nichts kann ich mal nicht. Ich kann nur springen. Ja, dann springen und flitze. Ja, wohin? Darüber? Ja, darüber, natürlich. Wohin denn? Aber das schaffst du nicht. Das ist zu weit! Könnte ich gerne probieren, ich probiere es jetzt mal. Aber ich kann nichts anderes machen. Nee, das ist zu weit. Da ist eine Plattform, da muss ich drauf. Ach, ich muss auf die Plattform springen. Geh mal ein Stück in die Mitte. Geh mal in die Mitte. Geh mal in die Mitte. So, stopp, stopp, stopp. Stopp. Ja, dann spring doch auch zur Plattform. Bleibt das so? Warte mal. Ja, ich denke... Okay, bleib. Okay, ich gehe wieder zurück. Nein! Schnell, 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 schnell! Ja, dann lauf, Mann! Nein! Ach, warum raub ich runter, ey? Würdest du mich ver... Ja, mach, komm! Ja. Ich warte... Oh, was war das? Äh... Äh... Äh, muss ich die jetzt beide auf dir haben? Oder wie? Warte mal, oder ist das... Ach, du kannst... Ach, du kannst... Nee, das... Ich tue ich einfach. Warte. Ja, aber warte, warte. Jetzt. Komm. Ja, du bist zu langsam. Ja, äh... Das war genau die Scheiße mit dem Gras. Ja, jetzt musst du was dahinter machen. Kann ich das nicht nach links... Ach so, muss ich das nach rechts, oder wie? Weil ich kann nicht nach links. Hä? Was ist das für ein Mist hier? Ich kann hier nicht nach links. Also da werde ich nicht hinkommen, glaube ich. Ja, vielleicht schon. Ich weiß nicht, aber... Oder... Was denn? Wohin? Oh, der tut immer so, als ob der läuft und bleibt dann wieder stehen. Was machst du denn? Warte doch erstmal ab, bist du dran vorbei bist. Beziehungsweise bis die vorbei sind. Was hat das passiert? Weiterlaufen. Ich gehe, spring rüber. Und wieso ist das... Hä? Weil du mit dem Scheinwerfer gerade drin warst. Ja, aber wieso ist der so weit gegangen? Nein, nein. Jetzt. Warte mal, ist der Schein... Ich kann doch da stehen, oder nicht? Warte mal. Ja, hier, wo der Scheinwerfer ist, ja, aber noch nicht so weit, wie du gerade gesprungen bist. Ja, warte. Ich bleib da erstmal, warte. Und jetzt. Hey! Ich sehe einen Lichtschwech! Hey! Geht der Rote eigentlich auf? Oh, hey, mate, look! Oh, wow. Looking good! But what else do we need? I am not getting on that stage. Come on, Mae. You used to love to sing. No, it was just a silly hobby. No. No, it wasn't just a silly hobby. You used to sing in front of a lot of people with, like, musicians and stuff, remember? Ha! Thank you, Cody! That's what's me see. Musicians! Now! Hiya! Go and find an orchestra! Oh. Can you not encourage him, please? Okay, okay. If you sing. Und ich dachte, jetzt kommt ein Endboss oder sowas. Sollen wir eine Runde Schach spielen? Oh, wir müssen eine Runde Schach spielen. Kann mich nicht bewegen, ne? Achso, so kannst du dich abzuschießen. Hm, doubt it. Warte mal, ähm. Das dauert doch jetzt Stunden, bis wir das fertig haben. Also, ich lasse mir Zeit beim Schach spielen, auf jeden Fall. Nein. Oh, nicht. Den, den ich amüsiert hatte. Oh, ich sehe hier nichts mehr, sobald er wieder auf dich hier umschwimmt. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Das wird heute eine sehr lange Schachfolge und eine sehr ruhige, habe ich so das Gefühl. Klassische Musik hinterher. Ich muss hier was sehen, ich sehe hier gar nichts. Schatzlos, ich kann nicht mehr bewegen. Nein. Ach du hast sogar 4 Minuten für den Zug oder was? Ach so, stimmt, ich dachte das wäre die Gesamtzeit, ich habe gar nicht gesehen, dass du rückwärts gehst. Ach du Scheiße, wir müssen die in 5 Minuten Schachmatt setzen, oder? Nein. Das ist natürlich jetzt krass, 5 Minuten. Was natürlich ganz gut ist, dass du hier so Anfängerhilfen drin hast. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist schön. Ja, was macht der Eben jetzt? Sehr schön. Sehr schön. Ich habe mir sowieso verloren, weil ich habe nur noch 1,59 Zeichen. Ja, ich meine zumindest, dass das 5 Minuten war. Wobei wir dann ja ein Remise haben, so gesehen, weil dann hat ja keiner den anderen Schachmatt gesetzt. Aber gut, ich meine, das Positive daran ist, dann ist wenigstens das Spiel zu Ende. Aber ganz ehrlich, so ein Schachspiel, also klar, du kannst es auch in 3 Zügen gewinnen, aber das will ja keiner. Man versucht ja immer den anderen Schachmatt zu setzen, deswegen. Okay, sehr schön. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was ich jetzt eben geplant hatte. Dann hast du Zeit, du hast noch 3 Minuten. Das Problem ist, ich sehe so wenig. Ich habe überhaupt geplant, was ich so... Und diese beruhigende, meditative Musik... Eigentlich müsste ich jetzt so... Nur so die letzte Minute bricht an, sowas in der Art. Die ganze Zeit drückte sich davor eine Partie gegen mich zu spielen und dann wird er vom Spiel gezwungen. Ja, ja. Ich habe nur noch 17 Sekunden, scheiße. Ich trötele hier nicht so rum. Gut, ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Vielleicht soll ich sowieso zu Ende jetzt. Ach, dann gewinne ich doch. Okay. Gut, ja, wir wollen... Oh, guck mal. Das sind die Stufen des Himmels. War da oben eigentlich noch irgendwas? Nee, ne? Ich will jetzt die Himmelspforte öffnen. Oh, wow. Ja, schau mal an all diese Sachen. Oh, mehr Instrumente. Nice. Let's try them out. Oh, all this stuff brings back some good memories. I bet. Oh, hey, is that your old piano? Yeah. Let's see if it's still in tune. Okay. Äh. Okay, ich kann hier spielen, aber was bringt mir das? Also, ich kann hier auch spielen, aber... Also, hier kann man spielen... Nein, damit komme ich nicht mehr hoch. Ich denke mal... Sieht aber schön aus, so mit unserer Kerzen. Ich denke mal, dass wir irgendwie hoch müssen, oder? Ah, ich darf wirklich nicht in die Kerzen rein. Okay, die Frage habe ich mir jetzt schon des Öfteren gestellt. Ähm, ich denke... Ich bin im Klavier drin. Nein! Hallo, was macht sie denn? Bist du mit deinem Klavier? Ich will da gar nicht rein. Wahrscheinlich, oder? Ja. Obwohl, andererseits, wenn wir hier schon so hochtrampeln... Ach, hier musst du flöten. Na doch, komm mal hier hin. Du musst hier flöten. Wieso muss ich da flöten? Weil du es nur kannst, wenn es blau ist. Achso, und dann muss ich da rüber. Okay. Und was wahrscheinlich die Dinger dann ja runterlassen müssen. Genau. Okay. Oh, oh. Au! Okay. Nein, du musst irgendwas machen vorher. Ja, ich wollte eigentlich singen, aber das hat sie nicht gemacht. Naja, anscheinend hilft das aber auch nicht. Aber jeden kriegt uns das noch gar nicht. Deswegen funktioniert das nur nicht. Warte mal. Okay, das geht auch nicht. Ach, kannst du das mit dem Schild nicht machen? Achso. Und dann müssen wir zusammen nach drüben. Ja. Ich muss aber hinter dir bleiben, pass auf. Komm. Bleib stehen. Du musst auch hinter mir stehen. Komm. Nein. Nein, dann bleib doch hier. Achso, dann muss ich auch sterben, weil du willst nicht dahin kommen. Nee, du musst noch rüberkommen und mich dann abholen. Das war natürlich dumm. Du darfst nicht mal so weit weglaufen. Ich muss hinter dir stehen bleiben. Nein, nicht. Siehst du nicht diesen Stein? Doch, ich muss hinter dir stehen. Aber, so, los und... Warte, warte, jetzt. Jetzt. Jetzt rennt der wieder woanders hin. Warte. Das erst abwarten. Jetzt. Ah, 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 ah. Komm. Warte. Komm. Du stehst immer hinter mir. Ist auch schon wieder da. Rechts oder links? Links. Schnell. Ja, ich kann nicht so schnell. Ja, warte mal. Ich sehe nichts mehr. Müssen wir dahinter laufen, oder was? Keine Ahnung. Achso, wir können laufen. Komm. Boah, ey. Okay. Hallo, wie weit geht das noch hoch? Das sieht auch gut. Okay. Ich muss die wohl abwechselnd machen, denke ich mal. Erst, ja, mach welche... Mach erst die linken, weil die sind näher dran. Ja, ja. Erst die linken. Nein, ach, Mann. Links. Äh, jetzt links. Nein. Boah. Warte, warte, warte. Jetzt rechts. Oh. Warte. Halten. Oh. Äh. Bleibt das jetzt so, oder musst du es festhalten? Ja, ja. Wir haben einen Schalter umgelegt. Boah. Boah, ich muss mich hier echt drauf konzentrieren, auf diese ganze Umhüpferei, ey. Oh. Ja, ja. Y drücken. Oh, Gott. Sind wir jetzt in der Mega-Orgel? Ist sowas in der Art. Ah. Fluffy Clouds. Rays of Light. Organs. I guess we must be in heaven. It's even an orchestra pit. Yeah, but where's the orchestra? Hello? Anybody there? Da-da-da-da. Da-da-da-da. They must have gone home for the day. Let's just cancel the whole thing. No, 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 May. You have to bring the orchestra to your concert, but they have been kidnapped. Look, over there. Look, look, look. Kidnapped by the devils. Devils? In heaven? Oh, yeah. Makes total sense. Right, huh? Huh? Exactly. But now, you have to go and save the orchestra. Go? Oh, how? We can't walk on clouds. Aha! Yeah! Whoa! Now you can. Go, go, go! Okay. Hey, Cody! Did you see these floating notes all around? Yeah! Let's find out, what they're for. Aber, ich würde trotzdem sagen, bevor wir diesen Abschnitt durchspielen, werden wir erstmal einen kleinen Cut machen und sehen uns dann in der nächsten Folge im weiteren Himmelsreich wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! 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 Ciao!